Ich begrüße euch zu einem neuen Video und heute zeige ich euch, wie ihr in Python bestimmte Bilder generieren könnt und die dann mit eurem Discord-Bot senden lassen könnt. Dazu habe ich mal hier als Beispiel diesen rank-Command gemacht und der zeigt einfach nur das Profilbild vom User an, wie der User heißt und wie viel XP der User gerade hat. Das sieht jetzt vielleicht nicht 100% schön aus, aber ich bin auch kein Design-Profi, in diesem Video zeige ich euch nur wie das geht und wie ihr dann auch eure eigenen Designs damit machen könnt. In diesem Video werden wir mit EasyPillow arbeiten, wie ihr das installiert, zeige ich euch gleich. Aber zuerst noch ein großes Dankeschön, ich habe nämlich die 300 Abonnenten auf YouTube erreicht, also vielen Dank an alle, die mich abonniert haben. Und wenn du gerade zuschaust und mich noch nicht abonniert hast, dann tu das gerne, das unterstützt mich sehr. Und dann würde ich sagen, fangen wir auch direkt schon mit der Installation von EasyPill bzw. EasyPillow an. Die Dokumentation von EasyPillow habe ich euch übrigens auch in der Videobeschreibung verlinkt. Und hier in der Dokumentation findet ihr unter anderem auch ein paar Code-Beispiele, wie ihr zum Beispiel bestimmte Rank-Cards oder so machen könnt. Gehen wir aber jetzt in den Code. Wir starten wie immer mit unserer Standard-Main-Datei und mit einem leeren COG. Falls ihr noch nicht wisst, wie die Standard-Main-Datei aufgebaut ist oder wie man ein COG erstellt, schaut euch am besten die ersten Folgen meiner Tutorial-Reihe an, denn da wird das alles gezeigt. Und was wir jetzt als erstes machen müssen, ist hier auf das Terminal zu gehen und dann einmal zu schreiben, pip install easy-pill. Das sollte dann erfolgreich installiert werden. Und um zu prüfen, ob das erfolgreich installiert wurde, könnt ihr hier oben schreiben, from easypill import editor. Und wenn das hier nicht rot unterstrichen ist, dann sollte alles richtig installiert sein. Falls es bei euch noch nicht funktioniert, könnt ihr hier oben auf das Zahnrad und auf Settings gehen, dann auf Projekt und auf Projekt Interpreter. Und wenn easypillow hier nicht aufgelistet ist, könnt ihr das hier oben über den Plus-Button noch hinzufügen, indem ihr hier einfach nach easypill sucht. Außerdem ist easypill zum aktuellen Zeitpunkt leider noch nicht für Python 3.11 verfügbar. Das heißt, wenn ihr da Probleme habt, dann müsst ihr von Python 3.11 einmal zu Python 3.10 wechseln und dann sollte alles funktionieren. Wenn ihr dabei Probleme habt, kommt gerne auf meinen Discord-Server vorbei, da helfen wir euch. Als allererstes erzeuge ich, wie so oft, einen neuen Slash-Command mit add-slash-Command und den nenne ich async-dev-rank. Neben dem self bekommt der Command nur den Kontext übergeben und das erste, was wir jetzt machen wollen, ist einen Hintergrund einzufügen. Hier wäre das zum Beispiel dieser Weltraum-Hintergrund. Falls ihr diesen Hintergrund auch benutzen möchtet, den habe ich euch in der Videobeschreibung verlinkt. Und als allererstes müssen wir den jetzt in PyCharm einfügen. Dazu können wir diese Bilddatei hier einfach mit drag-and-drop in unseren Tutorial-Board-Ordner reinziehen. Und dann haben wir hier eine Datei space.png. Um die jetzt hier in unserem Command zu importieren, können wir einfach eine neue Variable erzeugen. Die nenne ich mal background. Und dazu benutzen wir jetzt diese Editor-Klasse, die wir importiert haben. Und zwar schreiben wir Editor und in die Klammern kommt der Pfad vom Bild rein. Da das Bild jetzt in unserem Hauptordner ist, müssen wir hier einfach nur space.png reinschreiben. Wenn ihr das jetzt noch in einem Unterordner habt, dann müsstet ihr den Unterordner hier noch vorschreiben, zum Beispiel img und dann ein Slash. Das Bild, was ich benutze, hat eine Auflösung von 800 x 250. Wenn ihr jetzt aber ein anderes Bild mit einer anderen Auflösung habt und trotzdem meine Werte hier aus diesem Tutorial verwenden wollt, dann könnt ihr das ganz einfach machen, indem ihr hier eingebt .resize. Und hier schreibt ihr dann die Größe rein, die ihr haben wollt. Achtet darauf, dass ihr hier so eine Doppelklammer benötigt. Und in meinem Fall würde ich jetzt hier einfach 800 und 250 reinschreiben. Jetzt haben wir also diesen Hintergrund geladen. Und ich würde sagen, als erstes kümmern wir uns hier um das Profilbild, damit es hier links auf dem Bild drauf ist. Dazu erstelle ich wieder eine neue Variable, die nenne ich einfach mal avatar. Und um das Profilbild zu laden, haben wir zwei Möglichkeiten. Wir können nämlich einmal mit loadImage arbeiten oder mit loadImageAsync. Ich nehme jetzt loadImageAsync, aber das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Und um das Profilbild zu laden, schreibe ich jetzt await loadImageAsync. Und dann gebe ich die URL von dem Bild an. Also in dem Fall wäre das ctx.author.displayavatar.url. Mit diesem Avatar hier wollen wir jetzt noch ein paar Sachen machen. Nämlich erstens, wir wollen, dass es rund angezeigt wird. Und zweitens wollen wir es auf eine bestimmte Größe machen, damit es auch genau auf unser Bild drauf passt. Beides können wir in einer Zeile machen. Und zwar mache ich hier jetzt eine neue Variable, die nenne ich circleAvatar. Und hier können wir wieder diesen Editor benutzen. Und mit diesem Editor öffnen wir jetzt einfach das Avatar, was wir hier oben geladen haben. Um das Bild jetzt auf die richtige Größe zu bringen, können wir schreiben .greaseSize. Und hier können wir dann die neue Größe reintun. Wir können mal kurz überlegen, wie groß unser Bild ungefähr sein müsste. Dieses gesamte Bild hier ist ja 250 Pixel hoch. Und wenn hier oben und hier unten noch ein bisschen Abstand sein soll, dann kann dieses Profilbild 200 Pixel hoch sein. Das heißt, wir schreiben hier 200 und nochmal 200 rein. Vergesst hier wieder die doppelten Klammern nicht. Und jetzt ist unser Profilbild 200 Pixel breit und 200 Pixel hoch. Wenn wir das jetzt noch kreisförmig machen wollen, dann können wir ganz einfach schreiben .circleImage. Um dieses Profilbild jetzt aber auch noch auf den Background, den wir hier erstellt haben, drauf zu tun, können wir schreiben background.paste. Dann schreiben wir einmal, was wir einfügen wollen, also CircleAvatar. Und hier hinter können wir jetzt die Position schreiben, wo wir das einfügen möchten. Ich könnte hier jetzt zum Beispiel 0,0 hinschreiben. Diese erste 0 bedeutet, wie viel Abstand wir zum linken Rand haben wollen. Und die zweite 0 bedeutet, wie viel Abstand wir zum oberen Rand haben wollen. Oder mathematisch ausgedrückt, das hier ist die x-Koordinate und das hier ist die y-Koordinate. Mit dieser 0,0 würde unser Bild jetzt hier ganz oben links eingefügt werden. Und jetzt können wir mal überlegen, wie viel Abstand nach oben und unten wir brauchen. Unser Background ist ja 250 Pixel hoch und unser Profilbild ist 200 Pixel hoch. Das heißt, da sind noch 50 Pixel übrig und das heißt, oben und unten können wir jeweils 25 Pixel Abstand haben. Das heißt, diese zweite 0 kann ich schon mal durch eine 25 ersetzen. Und da können wir noch ein bisschen Abstand zum linken Rand setzen, damit es nicht komplett hier am linken Rand dran ist. Und hierfür würde ich auch einfach mal 25 nehmen. Und das Ganze können wir jetzt erstmal testen und in Discord ausgeben lassen. Dazu erzeugen wir uns erstmal ein Discord-File-Objekt. Mit File ist gleich Discord.File. Und hier können wir jetzt den sogenannten FP-Parameter benutzen. Und den setzen wir auf Background.ImageBytes. Das heißt, wir laden erst den Hintergrund, fügen da dann das Profilbild vom User ein. Und hier haben wir das Ganze dann in einem Format, was Discord lesen kann. Wenn ihr noch einen bestimmten Dateinamen bestimmen möchtet, dann könnt ihr das hier mit FileName gleich tun. Ich nenne das jetzt einfach mal rank.png. Und jetzt müssen wir das Ganze nur noch senden. Mit await.ctx.respond. File ist gleich File. Wenn ich das Ganze jetzt einmal ausführe und dann auf Discord slash rank benutze, dann haben wir hier unseren Hintergrund. Und wir haben oben 25 Abstand, unten 25 Abstand und links 25 Abstand. Wichtig zu wissen ist auch noch, dass sich dieser Abstand hier mit den 25 und 25 nicht auf die Mitte vom Bild beziehen, sondern auf den oberen linken Punkt. Ihr könnt euch das so vorstellen, dass wir hier ein Bild haben. Und für den Abstand wird jetzt dieser obere linke Punkt hier benutzt. Das heißt, wenn wir hier in den Code jetzt eingeben 25 und 25, dann heißt das, dass dieser Punkt hier oben 25 Abstand hat und links 25 Abstand hat. Achtet also darauf, dass hier nicht die Mitte genommen wird, sondern der obere linke Punkt. Als nächstes können wir jetzt noch ein bisschen Text auf unseren Hintergrund schreiben. Und dazu erstelle ich wieder mal eine neue Variable. Die nenne ich BigText. Und das wird dieser obere große Text, wo dann der Name vom User steht. Dazu können wir uns hier direkt noch Font importieren. Und hier können wir uns jetzt ein paar Schriftarten aussuchen. Wenn wir jetzt schreiben Font Punkt, dann sehen wir schon ein paar Schriftarten. Ich nehme hier in diesem Video mal Poppins. Und dann können wir uns einmal die Größe aussuchen, indem wir schreiben Size ist gleich. Ich nehme jetzt hier mal 50. Und wenn wir schreiben Variant, dann können wir uns noch aussuchen, ob die Schrift normal oder fettgedruckt oder so sein soll. Und für die große Schrift nehme ich jetzt mal Bold, also fettgedruckt. Als nächstes müssen wir jetzt erstmal die Position rausfinden, wo wir unsere Schrift am besten einfügen. Eine Methode, um das herauszufinden, ist mit Paint. Ihr könnt euer Bild einfach in Paint reinziehen. Und wenn ihr in Paint mit eurer Maus über das Bild hier drüber hovert, dann seht ihr unten links, dass sich die Koordinaten verändern. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel eine ganz bestimmte Stelle habt, wo ihr das User-Level eintragen möchtet, dann könnt ihr mit eurer Maus einfach hier hingehen und seht dann unten rechts, aha, das ist ungefähr bei 600 und 100. Und dann könnt ihr einfach diese Koordinaten in Python einfügen. Wir wissen ja, dass unser Bild 800 breit ist. Und hier irgendwo ist unser Profilbild. Das heißt, wir wollen den Text ungefähr hier einfügen. Zusätzlich gibt es dann auch noch verschiedene Möglichkeiten, wie wir den Text einfügen können. Wir können zum Beispiel entweder diese Position hier nehmen und der Text würde dann einfach hier in dem Bereich so geschrieben werden. Was wir aber auch machen können, ist, wir können uns hier einfach die Mitte nehmen und der Text würde dann hier in beide Richtungen geschrieben werden. Dann können wir in Python sozusagen festlegen, dass das hier unsere Mitte ist und der Text würde sich dann hier automatisch so ausrichten, dass hier immer genau die Mitte vom Text ist. Natürlich können wir dasselbe auch mit rechts machen, dass der Text dann sich so ausrichtet, aber das wäre für dieses Beispiel eher nicht so schön. Um jetzt den Text auf den Hintergrund einzufügen, können wir schreiben background.text und als erstes geben wir die Position an. Ich habe mich jetzt für die mittlere Variante entschieden, also dass wir hier die mittlere Position angeben und der Text richtet sich dann automatisch immer so aus, dass hier die Mitte vom Text ist. Das wäre dann die Position 490 und ich nehme einfach mal 50 Pixel Abstand zum oberen Rand. Vergiss auch hier wieder nicht die Doppelklammer, denn als nächstes müssen wir noch den Text angeben, der dann auch wirklich geschrieben werden soll. Dann nehmen wir jetzt erstmal den Namen von dem User, der den Command benutzt hat und das Ganze machen wir mit einem F-String, in dem wir reinschreiben ctx.author. Als nächstes können wir noch eine Farbe angeben, da können wir entweder einen Text reinschreiben, also white oder wir geben einfach einen Hexcode an, in dem wir schreiben hashtag 12345 oder so. Aber ich mache jetzt white, um die Farbe auf weiß festzulegen. Als nächstes suchen wir uns noch die Schriftart aus mit font ist gleich, die haben wir uns ja hier oben erzeugt, das ist big text und als letztes müssen wir jetzt noch angeben, wie sich das Ganze ausrichten soll. Ich habe mich dafür die mittlere Variante entschieden, das heißt ich kann schreiben align ist gleich center. Wenn ihr euch anders entscheidet, dann müsstet ihr hier statt center einfach left oder right reinschreiben. Schauen wir uns mal an, wie das Ganze bis jetzt aussieht. Wir gehen wieder auf discord und schreiben slash rank und wir sehen, dass hier oben unser Name steht und er ist perfekt mittig bei 490 Pixeln. Als nächstes machen wir jetzt den kleinen Text hier unten und dazu erstelle ich einfach mal noch eine Font, die nenne ich mal small text. Dafür benutze ich auch wieder font.poppins, aber die Schriftgröße mache ich ein bisschen kleiner, nämlich auf 30 und die Variante ist diesmal nicht fett gedruckt, sondern einfach regular, also ganz normal. Hier können wir jetzt wieder einen neuen Background Text erstellen mit Background und Text. Ich mache das mal in die nächste Zeile, damit es übersichtlicher ist. Und als erstes geben wir hier wieder die Position an. Die soll auch genau mittig unter der anderen Schrift sein, das heißt auch wieder 490, aber der Abstand zum oberen Rand soll logischerweise ein bisschen höher sein, weil der Text ja unter dem oberen Text stehen soll. Das heißt, wir können hier einmal kurz noch ein bisschen rechnen. Der obere Text ist ja 50 Pixel groß und hat 50 Pixel Abstand zum oberen Rand. Das heißt, dass der untere Rand von dem Text genau bei 100 Pixel liegt. Wenn wir jetzt also 100 Pixel als Abstand nehmen würden, würde der Text direkt hier dran stehen, aber wahrscheinlich wollen wir noch ein bisschen mehr Abstand haben und deswegen sage ich einfach mal 125 Pixel. Hier kann jetzt ein Text reinkommen, zum Beispiel wie viel XP der User gesammelt hat. Ich nehme einfach mal, du hast 55 XP und bist Level 2. Ihr könnt das dann natürlich auch noch so machen, dass diese Statistiken aus eurer Datenbank geladen werden, aber für dieses Video nehme ich jetzt einfach mal diesen fertigen Text, denn ich will euch ja nur zeigen, wie ihr diese Bilder erstellt. Als Farbe nehme ich diesmal einen Hexcode. Da suche ich mir einfach mal diesen schönen Hexcode hier aus. Dann als Font nehmen wir diesen Small Text, den wir hier oben erstellt haben und Align setzen wir genau wie bei dem anderen auch auf Center. Wenn wir das Ganze jetzt ausführen und dann nochmal auf Discord slash Rank eingeben, dann sehen wir, dass wir hier ein wunderschönes Bild bekommen mit Profilbild, mit Username und mit Statistiken. Das war es für dieses Video. Wenn ihr wollt, dass ich noch zeige, wie man eine Progress Bar macht oder wie man diese Texte in unterschiedlichen Farben macht, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dann behandle ich das in einer der nächsten Folgen nochmal. Wenn ihr Fragen habt, wenn irgendwas nicht funktioniert, kommt gerne auf meinem Discord-Saver vorbei. Wenn ihr keine Fragen habt, kommt auch gerne vorbei. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge.